Ich parke hier. Guckt euch das mal an. Parke ich falsch? Doch. Parke ich falsch, weil ich so ein bisschen, guck mal die anderen Autos an, wie die da drüber stehen. Jetzt habe ich hier gezogen bis 15.11 Uhr. Jetzt habe ich hier 13.42 Uhr wurde eine Ordnungswidrigkeit festgestellt. Weißt du, und das, diese ... Stadt, gibt mir einen Strafzettel für was? Ich bezahle 8 Euro. Weil du teures Unterhalts, das heißt, bei dir kannst du die Strafe leisten. Nee, aber was soll die Scheiße? Das ist Deutschland. Ich werde hier ... Du wirst hier nur gefickt in diesem Land. Und jeder Assi wird hier hofiert. Aber du hast nur 6 Euro bezahlt, keine 8 Euro. Ich habe da 8 Euro in den Scheiß reingestellt. Da steht 6 Euro. Dann sind es eben 6 Euro. Weißt du, ich bezahle für die Scheiße hier und kriege einen Strafzettel. Für was? Wer wird denn hofiert? Dass ich hier 10 Zentimeter über meinen Strafzettel stehe? Wer wird denn hier hofiert in Deutschland? Ja, wer wohl. Wer wird hier ins Land reingeholt? Und wer kriegt alles in den Arsch geklappt? Na ja, Kollege, ich salme ein Steuer. Ja, aber ich muss mal ehrlich sagen, wir leben in einem Land, hier ist Ordnung und Schwierigkeit sehr wichtig. Weißt du, was ich meine? Deswegen an dieser Stelle gibt Regeln. Komm, ich zeige dir einfach. Wir reden nicht, was die anderen machen. Was die anderen machen, interessiert uns gerade nichts. Was uns interessiert, die Gesetze und die Regeln. Und jeder muss an der Regel halten. Sonst kriegst du immer Probleme. Letztens auch auf dem Rewe-Parkplatz habe ich die Parkscheibe vergessen. Da muss ich da anrufen bei dem Heini, bei dem Parkservice und muss ihm da meinen Kassenzettel zeigen, dass ich da eingekauft habe. Das kann alles nicht wahr sein. Ich zahle für die Scheiße und kriege einen Strafzettel auch noch. Ja, aber muss man ehrlich sagen, das ist auch nicht schlimm und so halt. Weißt du was? Ja, natürlich ist das nicht schlimm, aber mir geht es einem... Was für ein... Ach Gott, ey. Junge, ich könnte hier alles gut reinbringen. Wir schaffen das. Ich habe eine Überraschung von Jaco, aber Jaco meckert gerade so viel und so halt. Aber deswegen, ja, positiv bleiben, egal was ist und so halt. Das ist wegen dieser Stelle. Wir werden dann in afrikanisches Essen gehen, gambianisches Essen. Und dann werden wir da was richtig geiles essen, was trinken auch. Und ich habe was für das auch. Und das ist so, ja, lassen wir uns erstmal da gehen und dann sehen wir alles, was da ist. Aber calm down, Kollege. Alles gut. Ich liebe Deutschland. Aber ich mag das nicht, wenn jemand... Ja, aber ich mag das nicht, wenn jemand schlecht über Deutschland reden, weil ich liebe Deutschland einfach. Ja, das ist mir schon klar. Hast du gehört? Manchmal denke ich wirklich. Aber kann ich jetzt Deutschland lieben? Ja, auf jeden Fall. Ohne das würden wir nichts weitergehen. Denkst du, wenn jeder kommt und packt, wie er will, würden wir Katastrophen erhalten? Dieses Land hat keine Liebe. Überleg mal, wenn jeder kommt und packt, wie er will. Weil wir haben hier alles so gut und... Also wir gehen afrikanisch essen, ja? Ja. Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Ich weiß nur, ich habe nur Erdnussbutter im Kopf. Weil du hast einmal... Ja, Erdnussbutter haben wir, Erdnussbutter haben wir, Jollofreis haben wir, Plassas haben wir, Yasa und haben wir, was wir immer für Frühstück machen, das ist so Bohnen. Und das ist richtig, richtig viel Protein und so halt. Weil ich finde, Bohnen haben richtig viel Protein und haben wir... Also ich habe das noch nie afrikanisch gemacht. Und ich habe, ich trinke irgendwas, das ist ein Ingwer-Saft, ich trinke gut für... Dicke Eier? Ja, ja, wenn du Ingwer-Saft trinkst, du fickst wie ein Esel. Ja, wirklich, ohne Witz. Ja, okay, dann machen wir das. Freue ich mich. Okay, deswegen ist der Stella. Aber nichts meckern, Jakob. Dieser Meckerkult mag ich gar nichts und so. Einfach zahlen und dann hast du kein Start. Mit dem Start will man nichts, kein Problem mit dem Start, glaub mir. Mit dem Start einfach zahlen und Thema erledigt. Was bringt dir das? Okay, was bringt der? Du rufst da an und sagst, ja, du fickst, ich hab so, so, so. Was bringt der? Gar nichts. Hier steht ja nicht mal warum, weißt du? Ja, aber lass denen machen, was die wollen und so. Nächstes Mal pack ganz ordentlich und hast du kein Problem. Thema erledigt. Jetzt lernt man von deinen Fehlern. Es ist, weil das Ding, es steht einen halben Reifen drüber. Egal, ob das ist ein Inch oder ein Millimeter oder so. Sie bitten mich um mehr Aufmerksamkeit und dass die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer vom richtigen Verhalten jedes Einzelnen abhängt. Das ist doch wohl nicht ernst gemeint. Das kann... Ey. Ich hab das extra ein bisschen von der Straße weg, damit die von der Baustelle sind, hier nicht die Karre anrempeln. Das wäre nämlich das Nächste gewesen. Wer sah von das? Das wäre das Nächste gewesen. Wir schaffen das. Da stinkt es nach Pisse und nach Scheiße. Ja, den Möller ist auch normal. Hier steht auf, bitte zieh um mehr Aufmerksamkeit, bla bla bla, nur so können sie auch gefahrenlos immer dichter werden im Straßenverkehr. Kümmert euch mal, dass hier nicht so eine spitze Scheiße auf der Straße rumliegt in eurer behinderten Drecksstadt, in eurer asozialen Idiotenstadt. Es ist strafbar, dass du unsere Stadt beleidigt? Geschaffen. Geschaffen. Filmmt auch alles, ey. Ey, der Körper ist gut, ja? Es geht so. Aber wenn du überlegst, dass du deshalb so unentspannt bist, ist es das wert? Da, das ist, da sagst du was. Da sagst du was. Nee, da, da denke ich mal drüber nach. Wirklich. Und die andere Sache ist, die afrikanische Genetik, das ist schon, wenn du das siehst, das ist schon, dann ist man schon so eifersüchtig. Könnte ich mir den Stack vom Coleman reinhauen, da würde ich nicht so aussehen. Würde ich verrecken vorher. Reichenberger. Warte, ich gebe das ein in die Scheiße hier. Komm, wir probieren es jetzt mal auf Dings. Warte mal. Penis! Ah, du bist doch so ein Zieleingabe. Penis! Ey, du bist so ein... Ey, ich gebe das jetzt... Zieleingabe. Wie lautet das Ziel? Berlin, Reichenberger Straße 72 A. Ich berechne die Route zum Ziel Berlin. Reichenberger Straße 72 A. Jetzt links abbiegen. Hast du noch nie afrikanisch? Nein, noch nie. Hast du auch nie so afrikanischer Kollege gehabt? Nein. Alter, aber... Alter, habe ich Antworten. Wirklich, so gesagt. Oder wir sagen... Ja, wenn wir uns keine rumlaufen. Italiener, Türken und sowas, ja. Aber jetzt Afrikaner nicht so. Die bleiben ja auch unter sich. Die kommen jetzt nicht zu mir. Ey, wer bist du denn, Kim? Nein, das stimmt nicht. Ja, manche sollen, aber nichts. Ich bin hier, Mann. Ich rede viel. Ja, du, aber zu mir kommt jetzt, also bei uns, in der Stadt kommt kein Afrikaner zu mir und die sind auch nicht so lustig. Die gucken einen halt jetzt nicht gerade freundlich an. Wie alt bist du? 44. 44. Zu haben eine Frau, die sehr... Bei uns ist es ganz anders. Du heiratest einer, nichts von Diskothek oder so, von einer guten Familie. Du gehst arbeiten, du kommst, Essen ist zu Hause, die kümmern an die Familie und so halt. Es ist einfach, du fühlst dich wie einen richtigen Mann, wenn du eine richtige Frau an deiner Seite hast. Weil ich bin der Meinung, Liebe hat nichts mit Farbe zu tun oder so. Ey, das nicht. Mit Kulte oder irgendwas. Einfach Respekt und liebevoll und so halt. Und es gibt so viele Unterschiede zwischen uns, die Frauen und die westlichen Frauen. Viel, viel Unterschiede. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das ist mir klar. Mit 44 soll man eine Frau aus einer Seite haben, ehrlich zu sagen. Nee, jetzt dann nochmal mit Kindern und so und alles. Mit Kindern sind die schönste Sache, was man bekommen kann, glaub mir. Warum lebst du? Lebst du nur Arbeit und Steuerzahlen und danach verreckst du in der Grabe oder so? So wird es sein, ja. Ja, aber das ist schade, ehrlich zu sagen. Aber mit so einer Frau, du kannst sie nicht einfach abends ausschalten wie so ein Auto oder so, weißt du, oder in die Garage stellen. Was du meinst? Naja, ich muss dir dann auch dafür sorgen. Aber das möchte ich auch, glaub ich, gar nicht. Guck mal, ich sag immer, wenn du bereit bist, eine Familie zu kümmern, Gott wird immer an deiner Seite sein. Das hätte ich vor über 20 Jahren machen müssen, aber jetzt mach ich das nicht mehr. Aber Ende des Tages, weißt du, der Sinn des Lebens, warum lebst du? Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch schon öfter gestellt. Ich weiß nicht, vielleicht schieße ich mir auch einfach. Also mir geht es jetzt nicht schlecht, auch wenn ich immer ein Clowns Gesicht aufsetze, aber ich bin jetzt nicht, ich bin zwar unzufrieden, aber schon irgendwo zufrieden in der Unzufriedenheit. Ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Wenn John aussteigt, wackelt das ganze Auto. Scheiße. Muss man hier ein Parkticket ziehen. Stehe ich auch ordnungsgemäß, habe ich ordnungsgemäß eingefahren? Ich bin echt gespannt, was das jetzt gibt. Eben schon gesagt, wahrscheinlich die ganze... Nach dem Essen, guck mal, wenn du es so machst, nach dem Essen ist es doppelt so dick. Und hier unten, ich muss dann so laufen. Bitter Eier musst du haben, aber langer war ich nicht mehr. Ich furze wahrscheinlich, den ganzen Rückweg furze ich in den Sitz. 100 pro. Es ist zu. Es gibt kein Essen. Hier ist der afrikanische Laden, der heißt Senegambe. Die haben richtig geile Essen. Ich war die letzten zwei Tage hier das erste Mal. Ja, und kann man das richtig geile sehen. Sandpentin. Die meisten Sand kommen vom verschiedenen Landen in Afrika. Manche Nordafrika, manche in Sahara. Und hier haben wir die Kriste und so halt. Da oben haben wir Chou. Chou ist... Chou Bullet ist so... Boah, das... Aber guck mal, wie günstig auch alles ist. Ja, das ist krass. Wirklich, das ganze Teller, manchmal bei uns in der Nähe da, kostet ein Teller 16 Euro in den Bühnen hier. Kostet 8 Euro, das heißt, es ist sehr, sehr, sehr billig. Was würdest du denn jetzt essen? Ja, ich würde heute ein paar Dinge essen. Plasas oder Suppa. Suppa kann ich essen mit Okra und Spinat. Und geräuchter Fisch und Rinderfleisch. Fisch und Fleisch wird alles in einer Soße. Das Plasas sieht aber genauso aus. Genauso gleiches Foto, oder? Ja, Plasas ist Gleiser, aber mit Ethnos-Dinge. Ethnos. Ah, okay, okay. Und hast du die Ethnos-Sosa, das heißt Domoda oder Maffe, das ist mit Rinderfleisch oder mit Hähnchenfleisch, mit Reis, mit Ethnos-Butter. Also du sagst, das ist Suppa-Kanjana. Ja, Suppa-Kanjana. Suppa ist super, gemixte Sachen. Weil da hast du Okra, hast du Geräuchterfisch, hast du Fleisch und alles in einem. Und die Ingwerdrink, das wird so, das ist ein bisschen saft, aber ist sehr, sehr gussend. Und haben wir auch die anderen Getränke, auch heißt Woynjo. Woynjo ist super gut. Irgendwann Bären, aber ich glaube, wenn du die Flasche trinkst, kriegst du einen Durchfall. Hm. So wie Eichtee, aber so. Achso, also sehr süß. Nee. Ah, Hibiscusblüten. Ja, trink mal, koste mal. Ja, wenn die ganze Flasche trinkst, ist Durchfall angesagt. Oh, das war schon auf. Ich nehme auch eine. Und was ist da unten, da ist es nicht mehr. Dünne. Ey, der hat auch nicht geknackt, ja. Das ist selber abgefüllt. Ja, ja, wir machen das selber. Alles ist hier selber gemacht. Es ist nichts, es kommt fehl, Mann. Okay, also ich koste jetzt mal. Warte, ich auch. Warte, warte, warte. Es riecht nach Gummibärensaft. Ja, ja, trink mal. Das ist gut. Boah, das schmeckt lecker. Aber ich glaube... Für die Äter ist das nichts, du. Nee. Und das ist auch sehr süß, John. Ja, ja. Und das kann man... Du hast ja eben gesagt, das ist nicht süß. Nein, ich meine, die haben gerade Zucker. Und wenn du die Rohr trinkst ohne Zucker, das ist super gut, wenn du... Es ist so wie Entzündung hemmt auch. Wenn du sehr müde bist. Okay, okay. Und viel trainiert und so halt. Und kannst du das trinken. Und it relieves you, weißt du, was ich meine? Aber die... Man kann leider nicht sehen, weil das ist dunkle Schrift auf dunklem... Man kann es nicht erkennen, dass die Inhalts... Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass die da legit draufstehen, mein Lieber. Also, ja. Also, ja. Lande, ich muss noch auf dem Ding. Ein Dolor mit Fisch, oder? Machst du auch Fisch? Mit Fisch, brauche ich Chicken. Ja, mit Chicken. Ja, damals ja, ich bin ein Dolor mit Chicken. Was würdest du essen? Was, was wir gesagt haben, das ist super Kancha. Denkst du, super Kancha würdest du essen? Hast du empfohlen? Ja. Oh, ja. Oder ist nicht... Hast du empfohlen? Doch, doch. Wir haben einen Lebensstab, wenn wir uns selbst in den Knie haben. Wir haben einen Blasen, der wir nicht fahren können. Ja, das ist ein Kniegeli. Ja, wir haben eine Fischung. Ja. Hallo? Ich habe einen Super. Ich habe einen Barsen. Nein, ich habe einen Jalob-Basen. Ja, ich habe einen Jalob-Basen. Das ist ein Sperrengan. Ja, das ist ein Sperrengan. Das ist das? Das ist bei mir, oder? Das ist ein Sperrengan. Das ist die Hiesst-Sperrengan, die Pinnuts-Ruze. Aber ich habe einen Barsen, dann das, das ist. In Turingen gibt es sowas, sollte in Afrika nicht leben. Dann muss ich kommen und da ein Leben aufmachen. Ich glaube auch nicht, in Erfurt oder so. Da müsste ich googeln, ich wüsste nicht. Ich weiß absolut nicht, was mich jetzt hier erwartet, aber ich bin gespannt, ich habe auch echt Hunger. Mal schauen, ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Bei uns essen wir zu viel FIS, weil FIS ist die blickste Community in Gambia. Wir leben zu viel auch von FIS, wir exportieren auch FIS und so halt. Deswegen, die armen Leute, die arm sind, Fleisch zu essen. Als Kind habe ich jeden Sonntag Fleisch gegessen. Bei uns gibt es jeden Sonntag Fleisch, Hähnchen oder Rind. Das heißt, unter der Woche alles ist nur ein FIS. Weil FIS ist sehr billig. Weil Gambia liegt an den Atlantic Ocean. Das heißt, FIS ist sehr billig und so. Das riecht auf jeden Fall schon ziemlich intensiv. Was ist das? Super Kanja. Super Kanja? Ja. Und das ist die Cholo-Frasse, die Bärchen. Danke. Ja, das ist mit Erdnuss-Soße. Auf jeden Fall. Das hier, ne? Also erstmal nur Reis und die Soße. Schauen wir mal. Das ist eine Kalorienbombe, aber richtig. Das schmeckt gut, aber ich sag dir, das ist heftig. Ich probiere mal das Fleisch jetzt. Ja, es ist wie du es mal in einem Video gemacht hast, wo du das Glas Erdnussbutter so reingemacht hast. So ungefähr. Aber es schmeckt gut. Warte mal, es ist ein bisschen heiß. Es ist doch viel zu nah. Hat mir ins Zunge verbrannt. Schmeckt oder? Schmeckt, ja. Jetzt weißt du, warum ich 28 cm wieder Kalorienbombe habe. Na, jetzt passt das. Ich habe meinen Löffel noch nicht benutzt, ja. Du wirst sehen, es schmeckt richtig nach Erdnussbutter. Ja, ich glaube, es ist Kalorienbombe. Boah, das ist aber geil, Alter. Ja, ja, schon. Jetzt bin ich gespannt hier. Ach, da ist auch Fleisch noch. Ah, geil. Es ist gemixt Fisch und Fleisch und alles. Aber es ging auch schnell jetzt. Alles. Oh ja, das ist auch gut. Das ist gut. Ganz anders. Ganz anders. Ich habe gedacht, das wird dir nicht schmecken. Doch, das ist gut. Es schmeckt auch richtig so nach Fisch. Also anders, als wir es so zubereiten. Erst mal die Jollofreit. Richtig gut. Boah, du machst das meiste da. Also dieses Erdnussbutterzeug ist richtig pappers. Ja. Aber Kalorienbombe auch. Das ist ja vorgelegt. Die Jollofreit ist gut. Du hast ja auch Fisch dazwischen, oder? Ja. Ja, das ist Fisch. Ich finde das ist das Beste. Auf den Geschmack. Ja? Aber alles drei komplett verschieden. Ich will bei dir nochmal. Das ist das perverseste, was ich je gegessen habe. Aber ich finde das auch gut da. Also, aber das schmeckt richtig gut nach Fisch, aber anders. Also, so wie man es eigentlich gar nicht kennt. Und diese Soße hier kannst du mit Fofu essen. Und Fofu heißt dieser Reispüree. Ich habe jetzt letztens auch zweimal Indisch gegessen und so. Von Gewürzen her auch geil. Aber das ist auch nochmal was anderes hier. Ja, es ist einfach geil, dass ich meinen deutschen Kollegen eingeladen bin. Weil ich bin der Meinung, Essen verbindende Leute. Weißt du was ich meine? Dass wir in Gambia essen immer in einem Teller. Weil es ist einfach gut zu sehen. Er als Deutscher, dass er afrikanische Gambian essen probiert. Und das ihm gefällt auch und so halt. Und dadurch kriegen wir Dialog. Reden wir über Essen, reden wir über, weißt du was ich meine? Der Fisch, ich weiß nicht. Ich habe das schon mal so geschmeckt in Italien irgendwo. Aber nicht so, ich will jetzt nicht sagen streng. Aber es ist, es ist ein sehr fischiger, aber ein gut fischiger Geschmack. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Richtig gut. Und es ist mit Palmöl, wie hier. Prüfen wir mal das Fleisch hier, ist einfach. Ist super, aber ich kann das geschmacklich überhaupt nicht einordnen. Also, so völlig anders als wie das so zu bereiten. Ja, bei uns gibt es jetzt die Regel, wenn man esst, darf man nichts reden. Muss man einfach essen. Darf man nichts, während der Essen reden soll. Und essen wir mit Hand. So, nach Fisch. Das sind die Bohnenbällchen. Ja, ja. Das ist krass. Das würde ich jetzt mal testen. Ja. 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 Und das kann mit der Soße auch. Das geht mit der Soße, ja. Und der Spann. Ja. 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 Scheiße, morgen heißt es Hunger. Für Leute, die Probleme haben, zuzunehmen, schreibt mir einfach, Daniel, wirklich. Also geschmacklich ist das richtig gut. Jetzt, wo ich Pappen satt bin, ist es auch immer noch geschmacklich gut. Ich würde es auch immer noch weiter essen. Ich habe es bis hier oben hin. Ich glaube, ich habe einen hochroten Kopf und ich habe Hitzewallons. Es ist wirklich brutal. Da kommst du einen ganzen Tag hin mit so einer Mahlzeit. Das ist noch zu viel. Aber die Form ist jetzt hinüber, das ist klar. Das hat jetzt mit Fitness mit 30 Punkten. Deswegen ist es Stella. Ich gehe bald in Gambia. Da habe ich schon mein Ticket gebucht. Aber wenn es möglich ist, wenn ich drei Monate da... Ich habe ein Strange Wars sogar, das war gegen Tatzel. Vorbereitung da war ich drei Wochen. Ich habe mit Dickabau gekommen, aber richtig Kraft. Richtige Kraft. Überleg mal mit Schöner Essen. Wenn ich das... einen Weg finde, wo ich das mit meinen Kalorien zähle und so... Weißt du, was ich meine? Zum Beispiel, man darf 3000 Kalorien. Wenn man weiß ganz genau, wie viele Kalorien das ist, und man in deine Kalorien rein, das wird auch was Gutes. An dieser Stelle meine Machendice ist raus. Bitte, wenn jemand was Geiles will, einfach schwarzvolljohn dort kommen. Und dann kann man richtig was Geiles haben. Und die Qualität ist einfach, muss ich ehrlich sagen, ist Baba. Kann man billige Sachen kaufen in China und zwei Euro, und das wollen wir nicht. Und was weißt du, was wichtig ist? Wenn die Milf kommt, vielleicht probieren die die Qualität. Für Code Reno kriegt man richtig Vata-Vata-Rabatt bei ESN. Jede Mittwoch haben wir geile Aktion, da kann man mit Code Reno richtige Vata-Sachen machen. Wie ich immer gesagt habe, Support ist kein Mord. Allein die Soße, haben wir gerade mal gegoogelt. Allein die Soße 1600 Kalorien. Ich sag dir, wenn du richtig ordentlicher Domoda-Teller isst, ist es mehr als 3000 Kalorien ohne Wiss. Film das mal. Film mal die Beule. Was sind die Leute, die sagen, Afrikaner, die haben gute Genetik? Nein, das hat nicht mit Genetik zu tun. Das hat einfach mit der Essen zu tun. Wer davon nicht zunimmt, mit dem stimmt was nicht. Ich habe mir jetzt die komplette Form damit versaut. Das ist sicher. Überleg mal, ich mache 4 Monate gute, nach einer Woche essen, meine Date ist alles. Ja, ja, ja. Aber ohne Gussung ist auch nichts. Nein, nein, das nicht. Aber ist halt mächtig. Ja, ist einfach, kannst du wenig essen einfach. Also es ist wirklich darauf ausgelegt, dass du einmal am Tag sowas isst und dann satt bist. Also da geht es wirklich um satt zu sein, nicht um irgendwie... Ja, das musst du auch vorstellen. Manche Länder sind sehr arm und so halt. Hier, wir haben Variante und so halt. Hier, das Problem ist, ist nichts zu essen, aber diese Süßigkeit. Haribo, Schokolade, das und das. Bei uns gibt es sowas. Aber ich meine, wo ich hier komme, diese Armuttersviertel, ich habe Schokolade nicht geguckt und so halt. Das heißt, einmal richtig essen und so. Hast du auch Schokolade geguckt? Ja. Es ist? Ja. Ich auch. Ich habe nie mal einen Kaffee gegessen. Manche lügen, weil diese Komplex und so halt und sagen, ja, wir kennen uns Schokolade und so. Ich muss ehrlich sagen, ich habe meine erste Haribo in Deutschland gegessen. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Ja. 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 Ja.